Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Kittley Broth. Kittley Broth ist ein traditionelles Rezept der Küche Cornwalls, der süwestlichsten Grafschaft Englands. Die dicke Suppe auf Basis von Wasser und Brot wird mit Zwiebelgemüse gewürzt und mit Rungelblumenblüten aromatisiert und gefärbt. Für vier Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 200 Gramm altbackenes Weißbrot. 6 Esslöffel Ringelblumenblüten. 6 Esslöffel Grün von Babyzwiebeln ersatzweise Frühlingszwiebelgrün. Salz nach Geschmack. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack. Kochendes Wasser. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, hitzebeständige Schüssel, Frischhaltefolie, vier vorgewärmte Suppentassen. Zubereitung Vorbereitung Das Brot in Würfel schneiden. Das Zwiebelgrün fein hacken. Fertigstellung Alle Zutaten in eine hitzebeständige Schüssel geben. Ausreichend kochendes Wasser darüber gießen. Dann mit Folie abdecken und 5 Minuten beiseite stellen, damit das Brot weich werden kann und die Aromen sich miteinander vermischen. In vorgewärmte Suppentassen geben und sofort als Vorspeise servieren. Als Beilagen eignen sich Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!